Willkommen zurück zu The Lost Files auf Sherlock Holmes. Wir haben mit den Blumenmädchen geredet und jetzt geht's ab in den Pub. Und zwar in den Moongate Pub. Und da wird's wieder ein Spaß werden, denn wir müssen wieder die Pfeile werfen. Das heißt, wer die SD-Version kennt, wird jetzt denken, oh Gott. Und das ist auch genau das, was ich denke, oh Gott. Und ich versuche jetzt die Folge so lang zu machen, wie es geht. Ich werde versuchen, die Spiele hier so gut es geht zu gewinnen. Ich kann es nicht versprechen, ob ich es schaffe, aber wir schauen mal. Das ist eine Schlangenhaut. Ein außergewöhnlich großes Exemplar einer indischen Kobra ist an der Wand befestigt. Deutlich zu sehen ist das Augenmuster, das die Zuschauer von Schlangenbeschwörern fast immer so fasziniert. Genau, so ist es. Reden wir mal mit dem Gastwirt, vielleicht kriegen wir ja auch so ein paar Informationen. Ein Pint von ihrem Besten bitter und auch etwas Gutes für sie, mein Herr. Sehr freundlich von Ihnen, Sir. Ich nehme eine Zitronenlimonade. Das kannst du gerne tun. Einen guten Abend, Herr Wirth. Ich benötige einige Informationen. Und wer, wenn die Frage gestattet ist, sind Sie bitte? Dies guter Mann ist Mr. Sherlock Holmes und mein Name ist Dr. Watson. Wir unterstützen Scotland Yard bei der Untersuchung eines Mordfalles. Mein Name ist Taggart und ich bin keine Auskunft Thai. Was auch immer sein soll. Ich habe Kunden, die ich bedienen muss und überhaupt sehe ich ein wenig, höre auch noch weniger und am wenigsten rede ich darüber. Okay. Aber mal als einen guten Abend, werter Herr Wirth. Ich glaube, es wäre in Ihrem Interesse, mit uns zusammenzuarbeiten. Drohungen bringen Sie nur mit dem Krankenhaus einen Schritt näher. Falls Ihnen daran liegt, dieses Etablissement mit ebenso vielen Zähnen wieder zu verlassen, wie Sie beim Betreten dabei hatten, sollten Sie intensiv über einen baldigen Abschied nachdenken. Oh, oh. Hm. Glauben Sie, es könnte die Polizei interessieren, dass Sie ohne Lizenz mit wilden Tieren aus Indien handeln? Also, man hat mir ja schon viele komische Sachen vorgeworfen, aber sowas, also, überleg dir was anderes, Kumpel. Ich habe nämlich keine Ahnung, wovon du redest. Oh Gott. Hm, ja, ich glaube, das war eine Verwechslung. Tut mir leid, dass wir sie belästigt haben. Na, wir können aber noch ein bisschen. Oh, Mann. Na. Hä? Wie so ein, wie so ein, wieder so ein, 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 ein Bug. Hm. Ihre werte Frau Mutter würde sich wahrscheinlich zu Tode schämen, wenn sie erführe, dass ihr Sohn ein Opium-Esser ist. Meine Mutter war eine Heilige. Möge sie in Frieden ruhen. Ich werde nicht zulassen, dass sie schlecht von ihr reden. Ganz nebenbei sind meine Angewohnheiten, die sind hier bestens bekannt und aus dem Nichts, wo sie ihre Nachricht hinein, da sie hineinstecken dürfen. Ah, so, dann nehmen wir uns mal einen Pfeil. Die Federn der Wurffeile zeugen von Amateurstatus der Gäste. In der Wand und dem Balken hinter dem Brett sind mehr Trefferspuren als auf der Scheibe selbst. Doch das muss nicht unbedingt Drückschlüsse auf die spielerischen Fähigkeiten der Kundschaft zulassen, sondern kann auch Beweis für die Qualität des hier ausgeschenkten Bieres sein. Ach, wie würzig. Können wir einen nehmen? Wir müssen das irgendwie einleiten, dieses Spiel, oder? Aha, okay. Ich brauche diese Information, Sir, und wenn Sie ein fairer Sportler sind, werde ich sie auch bekommen. Und was bitte soll das genau heißen? Ich fordere Sie zu einer Partie Darts heraus. Wenn ich gewinne, verraten Sie mir, was ich wissen muss. So, so. Nun gut, wie Sie sagten, bin ich ein fairer Sportler. Beweisen Sie mir, dass Sie meine Zeit wert sind, und ich werde Ihre Herausforderung in Erwägung ziehen. Wenn Sie die anderen Spiele hier schlagen können, werde ich gegen Sie antreten. Ach, hei. Das ist ein Bouncer. Das ist der Musikant. Ach, der Bouncer. Ach, oh Gott, das ist der Türsteher. Unseren Gruß, guter Mann. Vielleicht können Sie uns einen unschätzbaren Dienst erweisen. Ich suche einen jungen Mann, von dem ich Grund habe, anzunehmen, dass er öfters dieses Lokal aufsucht. Wie was? Ich suche, und zwar lebenswichtige Informationen. Können Sie mir helfen? Nee, Steffchen. Wir haben ja kein Klo. Holmes, ich befürchte, wir haben alles erfahren, was dieses Vokabular, dieses Knam hergibt. Wenn nicht sogar alles, was seine geistigen Fähigkeiten erlauben. Leinender Betrunkener, Torgender Betrunkener, Schmutziger Betrunkener. Na, reden wir jetzt mal mit dem hier. Ich meine, das ist der... Das ist der Typ. Sir, wenn es Ihnen gerade konveniert, könnte ich Sie vielleicht für ein kleines Röntgen Darts interessieren. Der Odem des Herrn ruht auf diesem Ort und bisher hat keines Würdinghand das Brett heute Abend berührt. Es wäre ein übles Omen, wäre ich der Erste, der es versuchen. Spielen werde ich, doch muss ein anderer mir Vorrang gehen. Dann war es, glaube ich, der hier. Sir, das Dart-Brett ist gelangweilt und ich ebenso. Wenn ich keinen würdigen Gegner finde, spielen Sie zufälligerweise Darts? Bitte Darts? Ob ich Darts... Natürlich, Mann. Ich bin der Champion des... Der Basel Street. Wenn Sie eine echte Herausforderung suchen, dann bin ich der Mann. Wo geht's lang zum Brett? Immer hier entlang, guter Mann. Wollen Sie anfangen? Aber klar, Sir, Sie werfen zuerst. Genau, und das ist es halt. 301, das klassische Dartspiel. Wir müssen gewinnen. So ist es. Wir müssen gewinnen und wir klicken das durch die Maustaste. Erst rechts und links und dann oben und unten. Und wir müssen als erstes die 301 Punkte abgeben. Oder wie auch immer. So. Am besten in der Mitte. Und dann etwas zwei Drittel hoch, damit wir auch auf die 60 kommen. Das wäre etwas zu hoch. Ah, das war auch nicht gut. Nur ein Punkt. Oder? Ah, der versucht direkt auf das Bullseye. Okay, er gibt 50 Punkte natürlich. Der erste Gegner ist relativ gut zu schlagen. Ich versuche natürlich immer direkt auf die 60 zu kommen. Und sobald ich ein bisschen etwas über die rote Linie bin, dann bin ich... Ah, es war noch 20, Gott sei Dank. Dann bin ich direkt auf die 1. Das ist natürlich doof. Ah. So geht es natürlich nicht weiter. Aber gut, man muss auch ein bisschen üben, ne? Naja, der versucht echt auf die... Was macht der denn jetzt? Gut, wie gesagt, der erste Gegner ist noch... Ah, das gibt es gar nicht. Meine Güte. Ja genau, drei Punkte. Das will ich eigentlich haben bei der 20. 20 Punkte. Ich glaube, die erste Runde werden wir verlieren. Aber man muss ja auch irgendwie wieder reinkommen, ne? Ich meine, es ist ja nicht so, dass wir es direkt können. So. 20 Punkte. Das war zu hoch. Immer noch 20 Punkte. Das war zu niedrig. Naja. Gut, wie gesagt, eine Runde einwerfen. Und dann geht das auch schon besser mit der ganzen Sache. Der Typ geht hier schon auf... Punkteschau. Man, das gibt es doch gar nicht. Wo muss ich denn hin? Ungefähr da hin. Aber das seht ihr jetzt nicht. Ah ja, 60 Punkte. Das ist gut. Das muss ich mir merken. Einfach mal ein Screenshot machen. Und wieder 60 Punkte. Ah, jetzt habe ich noch 31. Ja. Mal gucken, ob ich das direkt schon schlagen kann. Aber, na gut, 70 sind natürlich ohne Probleme zu machen. Mit drei... Schlägen. Was macht der denn jetzt hier? 35. Und jetzt macht er genau die 35, oder was? Null Punkte. Ah, nicht schlecht. So. Ich brauche eine 20 und eine 11. Tja, wo ist die 11? Oh, das ist aber schwierig. Da in der Mitte. Und direkt quasi... Ah. Zu viele Punkte. Mist. Ich hoffe, der gibt uns noch eine Chance. Oh nein, nicht eine 20. Oh, kacke. Oh, Glück gehabt. Glück gehabt. Glück gehabt. So, ich brauche 31 Punkte. Ähm... Habe ich sonst noch mal mit der 20. Ich kacke ab, ey. Mann! Das gibt es doch gar nicht. Na gut, jetzt hat genug Chancen. Wenn wir Glück haben, kriegen wir noch eine. Okay. So, 11 Punkte. Ach, das bräuchte ich 3 Punkte. Verdammt. Das wird schwer. In der Mitte und dann ungefähr hier. Ah, Schitte. Na gut, jetzt wird der... Ich meine, er hat uns genug Chancen gegeben. Genau, Skipper gewinnt. So, und dann auf eine weitere Runde. Normalerweise kann ich sowas ja überhaupt nicht leiden. In Adventures durch die Minispielischen. Das ist das einzige Adventure, was ich wirklich sehr gerne mag. Und wo ich dieses Spiel ertragen kann. Also wirklich ertragen kann. Oder verzeihen kann, dass es sowas gibt. Aber es ist trotzdem nervig. Ganz klar. Wie ein Punkt. Spinnst du doch wohl. 260 zu 301. Jetzt beginnt der Skipper. Was macht ihr hier? 25 Punkte, oder was? Naja, so geht es natürlich auch. Kurz vor dem... Na, das ist zu hoch. Ah, das ist immer noch zu hoch. Ah, verdammt. Was mache ich denn? 200 zu 234. Skipper legt nach. Das ist nicht gut. 39 hat er jetzt geworfen. Okay, 54. 50. So. Ach Gott. Also es ist natürlich gefährlich, ne? Auf die 60 zu gehen, weil... Die 1 daneben ist. Naja. Aber irgendwie wird es schon gehen. Ich denke, wir machen doch nach den einzelnen Leuten eine Pause. Ich wollte das eigentlich komplett durchspielen, aber wie das jetzt hier aussieht, wird das eh nicht funktionieren. Ah, verdammt. Also wirklich, das ist echt nervig. Auch zu hoch? Immer noch zu hoch. Hätte ich nicht gedacht. Ich hätte eigentlich gedacht, dass es... Na gut, dann ist es etwas über den Strich in der Mitte. Okay. Mal gucken. 99 zu 135. Skipper legt nach. 16 Punkte. 55 hat er jetzt insgesamt. Und er hat eine 9 geworfen. Na gut. Jawohl. Endlich mal eine 60. Müssen Sie sich eigentlich wieder merken. Ja, das war natürlich dämlich, weil ich habe mich jetzt auf die 60 konzentriert, aber ich habe ja gar nicht mehr so viele Punkte. Gut, das sieht schlecht aus. Obwohl die Runde eigentlich ganz gut war. Was macht ihr denn? Versuchen wir nochmal die 60. So. 39. Machen wir die 20. Nein. Die 19. Die 19. Wo ist die denn? Die ist da vorne. Ach du lieber Gott. Ah, Schitte. Okay, eine Chance haben wir noch. Die 12. Was macht ihr denn? Ach so, ich bin gar nicht mehr dran. Oh, Entschuldigung. Nein. Nein. Ach, Gott sei Dank. Die 12 ist ungefähr da und da oben. Ach, Schitte. Gott, das hat zu wenig. Sieben. Ach Gott, warum immer links unten? Das kriege ich nicht hin. Ach, Schitte. Ja. 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 Habe ich eben noch gesagt, ich mag das Spiel. Also, ich kann das gerade noch so ertragen. 25 Punkte. Ach, du lieber Gott. Tja. 12 Punkte. Wo sind die 6? Da ist die 6. Ne. Das ist mir zu gefährlich. Wir versuchen das nochmal. da und da. Nein. Ah, okay. Glück, 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 Glück gehabt. Ich muss eigentlich... Verstehe ich gar nicht. Warum hat er den jetzt da hingeworfen? Vielleicht ist doch ein bisschen Glück. Das verstehe ich nicht. Das ist zu hoch und zu weit. Ja gut, das kann ich verstehen. Oh. Holmes gewinnt. Gott sei Dank. Gott sei Dank. Holmes gewinnt. Yeah. Ja. Dann haben wir eine Runde gewonnen. Von 4. Ich weiß es nicht. So, deswegen machen wir wieder eine kleine Pause und dann werden wir den nächsten Gegner uns angeln und dann werden wir den hoffentlich auch bald schlagen. Bis dahin. Tschaui. Tschaui. Tschaui.